Gott sei Dank gibt es Leute, die mir doch hinter der Kamera helfen, so wie zum Beispiel jetzt als MFA neben mir Dieter Scheitz. Dieter, vielen Dank, dass du bei deinem Projekt wieder mit dabei bist. Du warst ja auch schon bei Spacetus mit dabei, du weißt, was das für Aufwand ist, wie viel Arbeit das wirklich ist. Warum tust du das eigentlich noch einmal an? Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Wie gesagt, hinter der Kamera ist es wirklich extrem schwer.